Geil, Geil, Geil! Auau! Kajos! Schwimmel blüm schwimmel blüm Das ist ein letzte ne? Es zwickt weg Okay, ich geh. Chill! Und hin.. und wieder zurück... Und nicht zurück und dennoch voran zu kommen Hm, klar klar also ich sag dir jetzt schon mal so weit war ich früher noch nie und so kann ich mich zumindest nicht dran erinnern wir legen die platten auf check 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 test out kassel wenn die dinger schneller werden aber ich weiß dass danach kommt du weißt du nicht dass wenn du das level schafft schaffe ich das auch ne meinst du hat bisher immer geklappt gut ich hätte da war ich schon zwei oder drei level vorher gemacht y die bitte halt mal die renntaste gedrückt dann kannst du schnell nach unten und da oben ja ja auch kein fass mehr so so tipp von mir möchte ja auch dass du daran das lernst du fliegst du fliegst da so gemütlich lang drückt aber richtig oder halt mal die sprinten taste gedrückt dann das ist blöd dabei aber das brauchst du du fliegst da so gemütlich ja kann ja nichts passieren guck guck geht doch gar nichts siehst du ja mach das mal bei der nächsten level wenn es da wirklich so drauf ankommen ist ja so gemütlich ach ich könnte jetzt eigentlich noch brötchen backen gehen nebenbei fuck bist du hier nicht auch verrückt deswegen im zweiten du siehst mich ja nur nach unten ne da musst du nicht lang das ist kannst du fast dafür verwenden aber schafft er es schafft er es letzten meter das match war so nervig manche stellen epic slow clap ja bam du hast ein paar level geschafft trick trick hier um genau zu sein ja mal hin ne war doch irgendwie ne ne das hast du 6 oder so geschafft ne äh ich ne noch mehr ja gar nicht weiss das schnee level hab ich ja komplett gemacht ha das schnee level und das andere die haben glaube ich jeweils immer 5 level oder so 10 ungefähr ne du hast schon wieder ne du schaffst das trotzdem kilometer zu verlieren irgendwie ne du hab dir spiel fuck it dick im spiel hättest du reinspringen, musst du dann wieder schnell hoch hätte hätte fahrradkette ich war aber leider tot entboss äh entboss gespeichert da bist du ne hab's jetzt auch mal gespeichert ja bei mir ach ne das ist auch der laserfruzzi naja ja war aber ne laser wie war das auf den kopf springen ne ja und bei den dingern springen wenn der auf den boden macht muss aber diese messer halt dann kriegen ja genau das macht auch auf beiden seiten mhm falls du die einen nicht schaffst und die ecke die linke ist die verpackt kannst du dich einfach mal reinstellen also Boxhandschuhe komm zu einem waa wirklich ne nicht mehr wirklich verpackt ach die dinke ist wirklich verpackt ich glaube es mir warte jetzt kommt jetzt wieder Boxhandschuhe mann sag ich doch ist doch nicht ja warum machst du das dann auch das hätte klappen können ein Messer dann kommt Boxhandschuhe und dann kommt wieder Messer ja ja ist ja nur so ein guter gemeinter tip okay ja ja ich muss sticktrick hier spielen das heißt ja irgendwie so ein android game schlecht programmiertes ja ja sticktrick bitte dich ich pass auf ich google ich google einfach mal ich google mal im Storn das ist bestimmt so ein level was so heißt das spiel ach du bist dann hoden kobold du bist dann auch so ein oberhund und strecken und strecken und verrecken und strecken fuzzle fuzzle blub blub einfach springen springen hoppidi hopp hopp hoppidi hopp hopp hoppidi hopp hopp dann beim anfang geht das vielleicht also ne keine ahnung ach man HA ich bin ja echt zu blöd auf die Messer zu springen ne ja ist das du ist auch geil Kev betrete Channel 4 Channel 1 und geht dann wieder wer hev du hat ja überhaupt eigentlich gar kein Channel mehr weil Tobi sie gelästert ja naja fahr mit einem Laser fahr mit einem Laser das ist so ein Saftsack hier nein das fahr mit einem Laser ja konzentrier dich nicht darauf dass du von 1 auf den Kopf springst sondern 1 2 Kopf ich war sogar drauf und dann naja wir haben jetzt einen scheiß Boxhandschu oooh achso ich wollte sagen jetzt müsste doch Farmen Laser kommen Farmen Laser und ich renne da voll rein achso knusprigen Affenfuß Mensch den nascht doch gern jeder nom 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 kannibalismus weiter kannibale hättest du das Level nicht eigentlich längst schaffen müssten weil ich das andere geschafft hab ne ja ja eigentlich schon aber irgendwie geht meine Motivation grad hier runter wieso hättest du das nicht beim Stimmenklang schon an? weiß ich auch nicht warum keine Ahnung sag doch was du erstmal aufhören willst ne aufwendig irgendwie die Motivation fällt grade ja wenn die Motivation fällt ist es auch scheiße wegen sowas nein ich glaub das ist einfach nur zu warm dann werde ich müde und dann werde ich Gorgi Gorgi bist du im nein ich mach mal eben die Tür auf oh die andere Tür ist auch egal ach scheiße ich mach mal eben die andere Tür auch auf um sie durchziehen ja ähäh was man 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 diese Drecksroboter hier warum schaust du doch ja ja Bildschirm bisschen hochschneller ich glaub ich spiel eine Runde im Stehen das kommt ganz gut wenn ich grad stehe kann ich die Motivation wieder mit guter Laune das ist so behindert ne ich könnte so App-Dancen muss nicht dass ich keine Cam habe oder keine Cam angeschlossen habe oder auch nie eine anschließen werde damit die Menschheit nicht mein schönes Gesicht sieht weil er zu feige ist weil er zu hässlich ist dass sonst alles kaputt geht ja das sowieso wusstest du es noch nicht ahhhh fahr meinen Laser aber ja der Vorteil hat's der Bildschirm die kannst du so neigen 45 Grad kannst du schön dem Stehen zacken also ist das gut für den Rücken nicht immer ganzen Tag sitzen aber der Stuhl ist ein bisschen grad im Weg und dann der Sessel auch wo meine Füße immer drauf sind oh maaaain maaaain farbenen Laser fast wie Gott weiss wie das aussieht kennst du das Android-Männchen aha oh wir haben das doch kopiert ja eindeutig ich würde das ich würde mich beschweren gehen sieht das ich wirklich ent ne Android hat das doch kopiert ja ja ich würde mich ich würde mich ja beim warte mal ich hab doch so ein Android-Männchen irgendwo hinfliegen der Android-Männchen sieht aus wie deine Oma ja gut das Ding hat jetzt keine Arme ne aber dafür hat das Kling und Boxhandschuhe du hast gleich Farbenen Laser ja eigentlich beim nächsten Mal jetzt immer ne immer wenn du ihn einmal getreffest immer wenn du ihn einmal getreffest mhm wenn du ihn getreffest dann kommt Farbenen Laser so rund im stehen alles klar wo ist das okay ist es ungewohnt dass wir gerade hinsetzen okay ist das ungewohnt ein bisschen zurückgelehnt das ist ungewohnt du hast den controller sonst wenn du sitzt so ein bisschen weiter vor die und wenn du stehst dann hast du die ganze an deinem körper ja und das ganze probiere ich noch kleine meine runde und bei mir vom fenster los party möchte bestimmt sein geld mir schenken auch wir haben einen bimbo als nachbar du bist ein bimbo du hast das mit dem nachbarn gesagt du hast das wort gesagt ja und weil du einer bist ja leck doch mal in dem moment wenn ich du assi 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 moff oh das da war es zu spät halt zum haulen pilzkopf pilzkopf peniskopf warum nicht vergehen vagina kopf oder bo kopf da messer da feuer und ich habe keine sound mehr inge ist noch das weg rechner hast du gemacht du bist du gleich irgendwann wieder kommen war ich zwischendurch auch ja macht ja nichts kann ja kommentieren weiter jetzt ist gut und da hat er die boxhandschuhe rausgeholt die rechte gab es davon ausgewichen und blockiert ich weiß du hast mich da ist der sound wieder gekommen ich setz mich lieber hin ach sonst kann ich wirklich nicht spielen das ist der größte assi der welt ne assi moff nur wieder hinsetzen ist glaube ich ein bisschen angenehmer ja aber wir werden den controller ein bisschen besser unter kontrolle war doch ist das eine abwechslung man wird einmal richtig frisch wach und jetzt geht's ab jetzt geht's ab meine meld jetzt geht's ab jetzt geht's ab ja ja da sehen wir es schon und da haben wir schon wieder einen donkey kong verloren ok ja watt ein ok Leute so sieht das aus wenn das demgang seit am lenken ist ich glaube beim rennen ist das aber wieder weg ja kann sein ich hab keinen sound mehr der boxt nicht ich hab keinen sound mehr ja kommt irgendwann wieder entweder schon wenn ich sterbe die zweite rolle muss gucken die zweite rolle müssen wir doch gleich irgendwann wieder kriegen oh guck mal er hat die mitte geschärft tschüss ah jetzt kommt die jetzt kommt es andersrum an der hälfte ah ne jetzt kommt es beidseitig ah zack nimmst ihn auch nimmst ihn und dann passiert sowas ne ja gut der eine stand da in dem in dem jetzt ist mein sound wieder da ja guck mal guck mal verliert er und kriegt gleich wieder was für grüßbein naja halt oh er ist ok die gehen nach vorne ja 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 ich glaub das war ein bisschen zu schnell kann das sein ja guck mal wie weit du gekommen bist eben tettos das sind meine aussagen ok guck mal wie weit du gekommen bist ja ich muss mal eben einfach ich muss mal jemand verschieben jemand verschieben naja ich muss das passwort eingeben das denn naja naja alte so malte wieder da ja kann nur nicht hä kann nur nicht bestimmt wegen was von mir hm kann nicht gar nicht hast du Pause gedrückt? nö Spiel abgeschmissen abgeschissen jup hast du das Pause gedrückt? nö ne abgeschmiert ja gut würd ich sagen CUT ja würd ich sagen bis gleich Leute tschü tschü 発